S.T.A.R.E. Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach Map Ohne Gräben in der Version 1.4 Wir sind immer noch fleißig am ernten Diesmal hier auf Feld 20 Und haben mal wieder dieses dämliche Problem, dass sich hier unser dämlicher Abfahrer immer in den dämlichen Weg stellt Und ich keine Ahnung habe, warum das so ist So, was wir aber auch machen wollten Wir wollten die Lilly programmieren bei den Schweinen Wir sind jetzt das Tor zu A, Tor ist auch ein Darstellungsproblem Sehr schön, also es fahren vier Drescher und vier Abfahrer Hier fährt eine Lilly zurück zu ihrer Basis Und wir programmieren den Weg jetzt mal So, dazu muss ich mir eben das Ja, man kann nämlich hier mit dieser Lilly kann man Wegpunkte programmieren Die Lilly 150, die es ja glaube ich auch beim MudHub gibt Die funktioniert ein bisschen anders Hat mit der hier eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht So, jetzt gibt es hier Lilly Junio Setup Keypad 3 Ja, wobei da brauchen wir eigentlich gar nichts machen Die Lilly würde jetzt da hinten hinfahren Die macht uns das hier schon schön sauber Das ist schon schön Also, beende Und Lilly starten So, haben wir gestartet Wunderbar Dann soll die jetzt wohl mal hier Schön sauber machen Wir gucken mal, was ist jetzt hier für ein Hier gibt es wieder Also, die Abfahrer machen mich fettig Könnt ihr mir sagen, warum? Was hat sich da geändert? Was ist bei Cosplay jetzt anders? Weil ich habe die Kurse ja nicht geändert Das sind die gleichen Kurse Aber die fahren einfach scheiße Ja, fahr doch noch weiter zurück Vollhorst Was ich natürlich jetzt gerade gemacht habe Was ich gar nicht wollte Ich habe hier bei den Schweinen Vorne das Tor zu gemacht Weil ich da auf den Knopf gedrückt habe Wollte ich natürlich gar nicht So Schon läuft Lilly auch wieder Und macht ihr dann hoffentlich sauber Sehr schön Ey Welchen Teil Von Fruchtumfahrung Versteht er denn hier nicht? Das gibt es doch gar nicht Ah, habe ich das hier überhaupt eingestellt? Fruchtumfahrung ist aktiviert Oh mein kleines Foto Alles wird gut Mal gucken, was es denn hier für Optionen gibt Vielleicht habe ich ja irgendwelche Irgendwelche Mähdrescher Optionen Übersehen Feldinseln umfahren Das ist ja egal Das brauchen wir nicht Vorgewende Eckmanöver Rückwärts gerade Aha Okay Ah ja Rückwärts lenkend Dann machen wir auch mal rückwärts lenkend Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt noch Weil es ist ja jetzt kein Vorgewende mehr Was wir fahren Oh well Oh well Okay Aber wie gesagt Ist ja auch kein Vorgewende mehr Was wir hier fahren Nein, das ist jetzt nicht hier Ich gucke gerade ganz erschrocken Sind wir schon seit 27 Minuten am Aufnehmen? Nein Niemals, oder? Ja Okay Hey Schön, dass ihr eingeschaltet habt Dass ihr zugeguckt habt Ähm Boah, hier steckt schon wieder einer fest Es macht echt Echt keinen Spaß Es macht wirklich keinen Spaß Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Hinterlasst mir ein Like Hinterlasst mir ein Kommentar Erzählt mir, was ich beim Äh Beim Cosplay falsch gemacht hab Das ist ja echt Das macht keinen Spaß im Moment Gerade Cosplay Nein Also das Äh Ist echt nicht schön Ja Und wenn ihr morgen Am Sonntag wieder einschaltet Freue ich mich umso mehr In diesem Sinne Sag ich dann mal Ciao Ciao